Hallo Leute, ich bin LegendKiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und in diesem Video, was ich jetzt zum dritten Mal aufnehme, habe ich mir die Frage gestellt, wie würde sich CSGO auf Deutsch anhören? Also nicht wie würde sich CSGO an sich anhören, wie würden sich die Begriffe von CSGO auf Deutsch anhören? Aus dem einfachen Grund, die Amis und so, für sie ist das halt normal, wenn sie über CSGO reden und so, aber ich habe mir gedacht, wie würde ich das Ganze auf Deutsch anhören? Und zur Erklärung, eigentlich nehme ich mir immer das iPhone, auf Deutsch würde es ja Ich-Phone heißen. Für Amerikaner oder für Deutschen ist das einfach ganz normal, dass das iPhone heißt. Aber kaum einer macht sich so die Gedanken, auf Deutsch heißt das Ich-Phone. Wie ist das aber jetzt in CSGO? Fangen wir mal alleine an mit den Skins. Allein Skin heißt ja schon mal auf Deutsch Haut. Das heißt, man fragt ja, welche Haut hat, keine Ahnung, das Hans-Mann-Life von dir. Ja, dann hört sich meiner Meinung nach schon mal sehr komisch an. Für die Amerikaner ist das halt selbstverständlich, dass das einfach Haut halt heißt. Oder ich weiß halt nicht, wie das für die ist. Vielleicht hört sich das auch komisch an, nur wir als Deutsche machen uns da halt nie Gedanken drüber. Und ich habe jetzt als nächstes mal ein paar Skins rausgesucht, die mir auf Anhieb aufgefallen sind, die etwas merkwürdig heißen und die möchte ich euch jetzt erstmal vorstellen. Fangen wir an mit dem Hans-Mann-Knife-Case-Haden. Was hat dein Hans-Mann für ein... Wenn du fragst, was hast du für ein Knife, dann sagt man Hans-Mann-Case-Haden. Also was hast du für ein Skin? Wenn du das auf Deutsch fragen würdest, müsstest du fragen, was hat dein Jagdmesser für eine Haut? Und dann würde der Typ antworten, gehärtete Hülle. Hört sich schon mal komisch an, gehärtete Hülle. Case-Haden, ja gut, ist halt gehärtete Hülle. Und Hans-Mann-Knife ist halt das Jagdmesser, gefolgt von dem Flip-Knife-Knight. Was hast du für ein Skin? Ja, ich habe ein Flip-Knife-Knight, das ist mein bester Skin, den ich habe. Wenn du auf Deutsch fragen würdest, ey, was ist deine beste Haut, die du hast? Habe ich Klappmesser noch? Hört sich meiner Meinung nach ziemlich komisch an, ziemlich merkwürdig an. Und zum Schluss habe ich noch ein paar AKs rausgesucht, angefangen mit der Redline oder auf Deutsch rote Linie. Ey, was hat deine AK für eine Haut? Ich habe die rote Linie. Ja, und zur roten Linie passend dazu, ey, habe ich krass, rotes Laminat. Und dann kommt der andere, habe ich blaues Laminat, habe ich schwarzes Laminat. Und ich weiß nicht, wer sich dieses Skin-Namen ausgedacht hat, ich weiß, kann sein, dass es halt auf Englisch besser klickt. Mit Red Laminat, aber trotzdem, das bleibt ja das gleiche, also der Sinn dahinter bleibt ja gleich. Und zum Schluss habe ich den meiner Meinung nach merkwürdigsten, auf Deutsch übersetzten Skin, den ich gefunden habe, reingepackt. Und zwar, AK47 von Zeit Misty. Oder auf Deutsch würde der Haut oder die Haut heißen, AK47 vorderseitig neblig. Wo ich mir nur so denke, so, ey, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ich meine, kann sein, dass das halt auf Amerikanisch irgendwie besser klingt, andere Bedeutungen hat. Kann sein, dass das etwas falsch übersetzt ist. Aber das fand ich so meiner Meinung nach die merkwürdigste Übersetzung davon. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr denn noch für merkwürdige Skins auf Deutsch übersetzt so im Store findet. Oder welche es halt noch gibt. Und wie gesagt, beim ersten Mal habe ich mich etwas mehr darüber befreut, als ich das Video aufgenommen habe. Nur leider ist mein Mikrofon während der halben Aufnahme oder so abgekackt, dass die ganzen lustigen Zähne halt nicht mehr drauf waren. Deswegen tut es mir leid, wenn es jetzt ein bisschen trocken rübergekommen ist. Aber trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß an dem Video. Und schreibt mir in die Kommentare, welche Skins eurer Meinung nach am merkwürdigsten klingen, wenn man sie auf Deutsch übersetzt. In die Kommentare. Und dann bis nächste Woche. Ciao.